Moin Moin zusammen, wir sind wieder in Berlin, letzte Season, erster Spieltag, Massa und Granadi mit Facecam zu sehen gewesen und Granadi ritt seine Pedale kaputt, die haben wir jetzt schön geframed hier vorne in so einem Akulkasten, die hat Granadi sogar unterschrieben, hat sich Big noch was ausgedacht, weil nicht jeder von euch kann ja im Giveaway was gewinnen, ihr könnt die Sachen aber natürlich kaufen und wir dachten uns für jedes Ace, was Massa und Granadi einfahren, gibt es zwei Prozent im Big Shop. Gwen hat einen riesen Fehler gemacht, oh ja, gegen Ace, nee oder zwei Prozent, back to back Ace, jawoll, let's go, oh was, das ist ein Ace, das ist ein Ace, oder, oh mein Gott, wieder, 0,07, 4 Prozent, und ne Punkt 5, muss doch der Voice brennen oder nicht, ja, das stimmt, der Voice, Ja, Bings kommt gut durch, aber sehr schnell, klippt er vielleicht, ne, mach doch, das ist, das muss es sein, die müssen es doch sehen, die müssen es doch sehen, Russ, Massa, was, da sagt doch mal was, hat er getroffen, das fällt doch nicht, oh, ja, nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gwen ist ein gutes Stück hin, ja, Gwen ist tot. Hey, er ist wirklich tot! Sag das nochmal zu Bings, oder? Bings, der klebt hier. Geil, Bruder! Ey, du bist hier Mozart. Oh, das finde ich aber... Das ist ein Ace. Ihr kriegt das Merch heute Abend geschenkt. Ja, einer ist weg! Oh mein Gott! Ne, oder? Ja, genau hin! Da kannst du doch reisen! Ja, der wackelt jetzt schon. Der denkt jetzt schon zu viel nach. Er mogelt sich da so geil durch mit seinem Rad. Boah, der... Muss ich mal aufs Lenkrad achten, mir kurbeln. Der hat Muskelkradrad amt. Da muss er doch kurbeln! Wohin ist Master! Master, du bist mein Baby! Der ist doch vorbei! Master, ultra weit outside. Bitte nicht, so, kommt durch! Ja! Ja! Komm! Die haben... 9-9! Let's go! Was sag ich? Jetzt sagt mal irgendwas den Boys! Okay, Mann, das ist klatschen, okay? Stark, Mann. Er muss jetzt für die Movie Identity gehen, aber die können es halt saveen vorne. Bings ist weg! Aber Granadi auch. Aber Gewinn macht keinen Fehler. Hopp, hopp, hopp! Hä? Komm! Ihr Tick! Pust! Oh! Es ist der Draw! We leben noch! Oh, 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 oh! Wo ist Bings? Nein, nein! Das ist weg! No! Ain't no way! Wir bleiben ruhig, wir bleiben ruhig. Das kann nicht weg sein. Niemals! Yeah! Oh, ja, ja! Oh, peirnst das nicht? Okay, nice, Mann. Come on, focus! 6-5. Close. Bings ist runtergefallen. Und Gwen hat auch ne Dreckslinie. Aber er hat ein bisschen schneller. Der fällt. Sehr weit unten. Kamal, die kommen jetzt eng rein. Wir haben es. Nächstes Ace. Bumm, wir hören rein. Nice, come on. Ganz gechillt, Bro. Wir brauchen keine Nice-Times. Bruder? Mach nicht mal ein Spiel durch. Die haben es. Geil! Der Brems. Boah, Alter, das war doch toll! Oh, es war ultra-klapp. Eben, oder es kamen rein. Aber wir haben es. Es war nicht schlecht eigentlich. So, und hier bei dem Exit hier runter. Exit noch, das ist Ace. Binx ist weg. 20 Prozent. Ace. Sehr schön. Nice. Wir hören uns beide gleich gleich. Gut, dass wir haben. Ja, gut. Zeitenlegal. Ah, das ist Map 5 für G1. Kade. Vier Punkte Vorsprung. Leider noch aus der Hand gegeben. Dann rein in die Identity. Das sieht gut aus. Kommt, Jungs. Mein Gott. Wie eng machen sie es? Okay, Kanadi macht es nicht ein Save. Okay, überhaupt nicht ein Save. Oh nein! Doch! Oh mein Gott! Wie geht das durch? Es geht um das Ergebnis. Und das ist es. Es ist Ace. Ja. Ja. Oh, nicht wieder einen Ace kastieren. Nein, nein! No, beide da rein! Und das gegen Ace. Es kann noch nicht wahr sein. Und die können so save. Die können so save. Macht auch. Sehr geil. Was er riskiert. Da geht Troll auf BR. Warte, der geht Troll auf BR! Geil! Was ist das? Es ist Ace Nummer 13. Der ist noch dran, ja! Der ist doch geklärt noch nicht. Komm, wie mehr Speed. Komm, Winkx kann das doch nicht. Ja, er kann. Das sieht gut aus. Und jetzt die Identity, hier, nicht runterfliegen, ja, Ace, Ace, das kann man, muss es sein, da passiert nichts mehr, da passiert auch nichts mehr, ey, ich weiß nicht, wo sind 28, glaube ich, ich habe es vergessen, 1 0 5 5 war Weltmecord von Dexter, Gwyn is down, Gwyn ist komplett down, oh mein Gott, der hat überhaupt nicht trainiert, der ist jetzt was für gecandert, hat er fast außerhalb getatscht, oh, Wings, wie rettet der sich da, aber Mass hat näher sich, aber Gernadier, Speed, er hat eine ganz andere Linie, saug, oh mein Gott, let's go, und Gwyn war auch noch so knapp dran, das war krank, Team-Orders abbrechen, das ist es, komm, 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 wir gewinnen, und 30 Prozent, 30 Prozent, gooo, wir werden alle entlassen, ey, was ein geiles Match, hier, komm, wir gewinnen, rüber, also, ne, das ist irgendwie, gute Idee, in welchem Zimmermann, in welchem Zimmermann, ich will jetzt nicht bei, wo sind die denn? Hier, ist es das wirklich? Ja. Hallo? Oh, sorry, das war falsches Zimmer, das war falsches Zimmer, das war falsches Zimmer, hey, let's go, hey, geiles Match, geil, hey, gg, ja, geiles Match, und da sind wir wieder mit dem Ball, ja, was ein geiles Game, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen Wir haben gerade euer Zimmer stürmen wollen, uns wurde gesagt Raum 3 und ich habe an die Tür gehämmert bei Karmincorp. Gerade ist das Valorant Team von Karmincorp hier mit Scream, also dem Ex-CS-Ghost-Scream und das war das Zimmer, wo ich gerade rein stürmen wollte. War ein bisschen unangenehm. Also ich glaube wir haben einen Fehler auf der letzten Map gemacht und das war irgendwie am Ende mal der letzte Fall glaube ich. Und alles andere war einfach nur durchgefahren und die Zeit war eigentlich auch richtig nice, also kann man sich echt nicht beschweren. Schweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Pro Ace was ihr holt, 2% Rabatt, das war schon wild. Da wollten wir halt den Viewern was Gutes tun. Ab und zu um die Stimme hochzuhalten habe ich gesagt plus 2%. Du hast komplett getrollt. Du hast deinen Namen falsch geschrieben. Du hast Grandi geschrieben. Also wir haben das nicht so gut unterschritten. Der Allerechte. Ach hallo ihr auch hier, herzlich willkommen. Wir sind hier gerade beim Big Office auf der Feuerwehrleiter. Hier verbringen wir am liebsten unsere Freizeit in entspannten 40 Metern Höhe. Ich denke wenn sie das so machen heute wie gestern und Elcon und Maim fahren auch so wie gestern, dann ist da heute auf jeden Fall der Win drin. Safe. Also ich darf selber nicht zu konfident klingen, aber ich sag auch jetzt was anderes als den, weil sonst denken die noch alles. Ja. Nee. Nein. Oh mein Gott Fibu. Und Fibu ist dran. Du bist ja so am Arsch. Okay also ich lass ein bisschen vom Schnäuzer noch stehen oder? Den ganzen Schnäuzer. Ich versteh dich nicht Fibu. Den ganzen Schnäuzer. Warum redest du denn in der Tasse? Ja warum? Ja warte jetzt musst du bei Fokus. Ich glaube ich die Leute die gerade zum ersten Mal in diesen Stream kommen, die gehen auf die Rubrik Trackmania und das erste Mal sind jetzt ein Typ der sich eine Tasse ins Gesicht drückt und rasiert wird. Aber guck mal Richtung Kamera habe ich das dymometrisch gemacht. Hä? Das ist ja so gut. Komm jetzt mal hin. Warum fliegst du da nicht mal raus? Ja er knippt! Aids! Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist Masa? Wo ist Masa? Ja der klingelt an. Chillt doch. Einfach rein. Einfach rein. Muss einer callen. Mama hat es gesagt. Wir haben keine Scheiße jetzt. Einfach rein. Ja. Aber noch Safe für die Fans. Ja das erste Aids ist Masa. Masa will dann halt auch. Was soll denn? Das ist ja auch egal. Der Tor reicht doch. Das gibt eine Maßnahme. Nice good falling. You know. Ganz gechillt. Gut gemacht worden hier Bro. War nicht schnell einfach. War unser schlechteste Mapper. Aus dem ganzen Mapper. Was? Schön runtergeschwitten. Wo ist Maim? Da ist genau in dem Auto. Wir sind im selben Auto wie Granadi gefüllt. Ich habe es nach dir gesagt. Granadi hat mehr Speed. Granadi hat mehr Speed. Nein. Ja. Let's go. Nächstes Aids. 2%. Bessere Linie von Granadi und Masa. Oh mein Clip. Ist das ein Aids? Die dürfen jetzt nicht klippen. Komm, komm. Es ist das Aids. Oh mein Gott ist das geil. Let's go. Stark, stark. Cool, cool. Locker geblieben. Sehr gut, ja. 2 Fehler von mir, einer von dir. Cool geblieben. Ja. Alles gut gemacht. Niemand hat hier jemals einen Fehler gemacht. Diese gesamte Pipe muss klinisch mit den Kuppeln. Wasser guckt mich jetzt ein bisschen nach links. Jetzt ein bisschen nach rechts. Jetzt ein bisschen nach links und durch. Und Ace. Wunderbar. Okay, ich glaub dir. Das ist lecker. Oh, das ist lecker. Das ist so. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Das Ding ist auch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Info. Masa will nach jedem Grand-Ding-Spieltag Pizza bestellt haben. Also es gibt hier immer Pizza. Ich komm wieder mit 3 Kilo mehr nach Hause. Und mein Vorhaber. Mein Vorhaber. Gott. Das hab ich noch nicht gesehen. Die sind doch Tilt. Und Masa hat gesagt bekommen, wenn es über 45 Prozent werden, gibt es heute keine Pizza. Das wär ein wenig Glück für uns. Wenn er das jetzt zurückbringt, Masa. Oh mein Gott! Das ist doch nicht ein Ace. Niemals. Das ist ein Ace. Niemals. Das ist ein Ace. Das ist ein Ace geschämt. Also Big tut mir leid, muss ich sagen. Niemals. Niemals. Das war halt so unverdient. Aber auch verdient. Und Arma lässt sich ins Kreuzerweil. Lacht sich ins Kreuzerweil. Ja, das ist zu einfach für Masa hier. Oh mein, das verdient noch runter. Und das ist? Oh, es ist kein Ace. Oh, Big hatte noch mal richtig Glück gehabt, dass das nicht auch noch mal ein Ace wird aus dem Nähdlich gemacht wird. 3 zu 0. Eventuell das nächste Ace. Oh, Granadin, was machst du? Mein Pushdown. Mach doch mal ruhig. Mach doch mal ruhig. Ah. Dann hat er einen besseren Engel erwischt irgendwie. Oh, aber der hat es nicht. Der hat es nicht. Der hat es nicht. Und das tut weh. Das tut weh. Und sie fahren es rein, das nächste Ace für Big. Das nächste Ace ist gut. Und ich sag's. Starke Runde von der Mensch, starke Runde. Richtig gut. Ah. 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 Aber gut. Okay, ist okay, ist okay. Fehler gemacht. Nicht down, down. Doch, doch. Down, 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 down. Also wir brauchen einen zweiten Platz und wir sind auf 1 und 2. Und Elka muss nulzen. Granaris tot. Ey, ey. Ich halte es nicht aus. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das macht Masa. Masa? Masa, mach ruhig. Das ist es. Oh, ne der war scheiße. Der hat es. Das reicht doch, oder? 3 doch. Ja. Das Ding ist durch ey. Oh mein Gott, und die scheißen sich fast ein. Gehen wir rüber? Wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Die sollen sich mal ruhig gehen. Ah ja, hier und so. Oh mein Gott. 4 zu 0 ey. 4 zu 0 im Queen. Geil, Mann. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das sind wir mit den beiden. 4 zu 0 gegen ITB. Wir hatten Arma vorhin auch. Also Arma hat uns gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr zugeschaut habt. Wahrscheinlich habt ihr nicht zugeschaut. Ihr habt ihr gepackt. Ne, ne. Der hat gesagt, er will euch so richtig runterholen. So ne. Überschätzt euch nicht. Die können heute wieder ganz ganz anders fahren. Hier hat er dann gesagt, er ist eigentlich ganz konfident, dass ihr drüber fahrt. Ja. Also viel besser kann die englische Woche glaube ich nicht starten. Ja. Nö. Können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Hab jetzt schon mehr Matches gewonnen als komplette letzte Season. Ja. Und sehr eindeutig. Aber du darfst erst im letzten Moment runter gucken. Ich muss erst den Job hier fertig machen. Mhm. Damit, äh. Ja. Das ist too much. Ich bin geil. Ich bin zu deutscher zu lassen. Ich glaube das ist ein guter Abschluss. Mhm. Ich hoffe ihr hattet wieder ein schönes Trackmania-Wochenende mit uns. Wir haben einen schönen Preis rausgehauen. Ihr habt viele Prozente bekommen. Fibu hat einen neuen Bart-Style.